ja herzlich willkommen zurück auf dem kanal wir machen heute eine solo mission und zwar genau da fort now with ich muss naverly help machen ich muss check the first fuel couch und second fuel couch und zwar muss ich da nach einem level schauen also das sind so ein füllstandsmesser oder so an der dankstelle innerhalb der base und da muss ich rein und zwar hier und ich versuche es da es gibt noch einen wanddurchbruch glaube ich weiter unten richtung südwest trüben stellen gehen wir hier um ich schaue mal ein bisschen overview hier bett 3 5.3 ist draußen also hier ist aktuell 5.3 so ich weiß wo diese dankstelle ist ich bin schon mal da drin rumgelaufen ich muss bloß noch diese füllstandsmesser finden so ich muss wahrscheinlich doch zum eingang rein hier ist glaube ich kein durchbruch mehr da hinten war glaube ich ja aber da muss hier hin ich muss bloß aufpassen da drüben sind auch meistens welche ich habe da eine mission gemacht gut das biken wir mal rein hier ich sehe nix mit ich 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 Nischt. Nischt. Sabah. Nischt. Sabah. Nischt. Okay, sind sie alarmiert. Jetzt soll ich mich beeilen. Okay, hier. Gecheckt. Sehr schön. Geschafft. Ich weiß nicht, für was es mehr gibt. Okay. So, gehen wir ein Risiko ein und schauen nochmal da unten. Noch ein Kontakt. Check. Ja, ich bin immer interessiert an Schlüssel. Nischt dabei. Ist da noch einer? Sorry. Ja, ja, ja. Da hinten ist einer, den muss ich mich erstmal holen. Nein, nein, nein. Weil ich es wieder übertrieben habe. Verdammt. Bleeding. Ich muss auf jeden Fall erst mal mich verarzten. Nischt. Nischt. Es geht schnell. Okay. Okay. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass hier nicht wieder. Okay. Äh, darüber wollte ich nicht. Da sind Haufen los auf der Straße und in dem Gebäude hier sind auch drei bis vier Mann. Okay. Okay. Das haben wir geschafft. Gleich mal einrufen hier. Vielleicht klappt es ja. Na klar, sind ja auch alle vier in der Luft. Gut. Den holen wir uns jetzt noch. Da oben steht noch einer. Das ist mir zu weit weg. Okay. Okay. Ja doch. Gibt es... Oh, oh. Jetzt kommen sie aber. Ja. Genau. Ja, super. Ja. Ja, super. Jetzt kommen sie wieder. Da kommt sie wieder zurück. Und ihr geht weiter. scheiße oh ja, jetzt habe ich sie aufgescheucht das ist nichts mein freund schon wieder alles kaputt hier alles kaputt schieß aber wieder alle so lauter ist mir hier, ich muss mich nähen blutverlust ist da, törnik hieran blut geht ganz schön runter welche 5, 6 solche ok 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 beruhigt ist er, beruhigt ist er ja, ich bin hier ja, wir müssen es ja üben, das nähen und so und das blut geht langsam wieder hoch ich werde es mit dem blut erstmal lassen ich nehme mich aber hier ist es gut blut geht hoch, blut geht hoch äh, über einen halben liter verloren ok, zwei minuten das schaffe ich genäht bin ich gleich sehr schön da muss man mal aufpassen, dass sie nicht hierher rennt ne, da vorne sind sie noch drei Mann an der Straße also hier ist hier habe ich mich auch gut durchgemogelt muss ich ehrlich sagen bei der Mission da muss dafür Arizan, muss der hier oben irgendwas besorgen ich glaube hier da wo jetzt genau das Kreuz ist in dem Haus da wollte ich schön gemütlich hier von Haus zu Haus mit dem Scheiß gemütlich da ging die Post ab aber ich glaube ich bin sogar Schossenmann ich weiß es gar nicht bin ich da Schossenmann doch hier oben im Haus im roten Haus oben drin von da von da hinten glaube ich da war einer also hier sind drei hier sind drei drei, drei, drei also 10, 15 Mann sind hier bestimmt in der Ecke gut Fuel Storage haben wir auch jetzt ELEGROMT und da ist er schon und raus gut hat ja semi semi gut geklappt die Mission habe ich geschafft und dann habe ich es wieder fast vergeigt aber so ist es nochmal hier und ab in die Bels und da sind wir da sehr schön gut gut wir geben noch unseren unsere Waffe ab und holen uns die Belohnung es ist eine AK wenn das sollte hier reingehören 450 knapp ähm ich glaube die war für Gunny war die komplett jawoll Check Fuel Check Second Fuel es gibt eine Wester üblich ist eine 3 Plus mit zwei Platten das ist die M2 geil und 5500 xp jawoll nehmen wir mit hier gibt es nichts Neues LabRed hat jetzt was Neues Tournikees gibt es Circuit einen Haufen Dollar ok wieder eine Person so und Benji hat auch was Neues Mark all the Jets ach das ist mit den 3 Jets unten hm ok gibt es einen Haufen Granaten Punkte xp alles klar nehmen wir auch an jawoll das war's ciao bis zum nächsten Mal achja und lasst ein Abo da ein Like und macht die Glocke an servus zu hier ein